Loll! Hinter dir! Christ! Renn weg! Renn weg! Monoletter! Backs am Start! Herzlich willkommen zu einer Runde SkyWars! Mit Christ! Hi Leute! Hoi, mit Christ! Hoi, 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 mit Christ! Wir kommen her, komm her, komm her, komm her Und, lasst einen Like da, wenn ihr mehr Skywars sehen wollt, weil... Ich kann jetzt endlich... Danke! Ich kann jetzt endlich mehr Skywars auf... Überhaupt aufnehmen, weil man komplette Haltens wieder relativ normal ist Also zum Glück... Also bei mir geht's alles wieder, ich war ja übelst... Also, ich hatte ja schnupfen und alles Mögliche Das war richtig eklig, aber mittlerweile ist eigentlich alles wieder relativ gut Und ich kann wieder aufnehmen Ich bin einfach so froh, dass das Scheiß jetzt wieder vorbei ist Und ja, wie gesagt Ja, warte, ich kann dir gleich die erst geben Wo bist du, wo bist du, wo bist du Hier, zwei Stück Danke Okay, na, ich kann direkt auf eine Workbench bauen plus Sticks Ja, ja, oh, ja Lass mir direkt hier zu den rüber bauen, würde ich sagen Okay, mach mal Wie gesagt, ich bin einfach so froh, dass ich einfach wieder mit Korn kann Weil ich echt die ganze Zeit komplett verschnupft war Und das war richtig eklig, auf jeden Fall Und ich spiele übrigens mit dem Pyro-Kid Da kann ich, ich liebe das Kid einfach, das ist so geil Oh, ich bin schon da Ich komm Nein, der geht nicht, hat der No-Nock weg, als ob Noll Ah, Christ Renn weg, renn weg Ja, ich hab ihn Okay, hast du die Erschwert, ne, du hast schon eins, ne Ich hab schon, ähm, mir fehlt Gar nichts, außer ein Haar, ne Schenke mit Schurz Oder so, wenn du hast, aber Äh, ne, hab ich nicht Lass weitergehen, kurz zu den nächsten Jo, ich baue mich Ich liebe dich No homo No homo No, Jan, schnell Okay, der eine ist schon mal von den runter Hey, die sind beide runtergeflogen, wie ist das mit denen los? Hä, Linn, du hast vielleicht eine TNT-Kanone ausprobiert Ich will die auch mal ausprobieren Aber ich glaube, für die TNT-Tack Also, für die TNT-Kanone gibt es so scheiße Vier TNT-Kanone, äh, vier TNT-Kanone Also, vier TNT, dann können wir das bauen Oh, nö, leider nicht Egal Mir gehen gleich die Blöcke aus Warte, ich hab noch genug Äh Okay, warte Dann schaffe ich's noch Da hinten ist noch so ein Typ mit Full Deer Und da sind drei Leute, die fighten auch noch Mir müssen ein bisschen aufpassen Ja, ich brauch dann deine Blöcke Ah, okay, hier drin hab welche Okay, ich bin so Okay Kannst schnell weitergehen Okay, in der Mitte ist einfach niemand mehr Oh, das ist aber übelst intense gerade gewesen in einer Fight Warte, okay, nice Na, Achtung Achtung, Achtung Ah, ja Ah, ja Okay, dann können wir jetzt von hinten und schön holen Okay Okay, okay, okay Also, den dürften wir kriegen, wenn wir jetzt das schlau machen Äh, so, so, ganz schnell Wir haben blau und schlau gelöst Okay, pass auf Warte, 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 ich muss doch kurz was essen 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 Da muss ich jetzt aufpassen Du brauchst ein Feuerzeug, ne? Ich kriege ich das Weil ich hab 4 TNT Gönn dir Okay, das Ding ist, die haben uns jetzt natürlich gespottet Und ich glaube, die haben eine Rod Weil sonst würden die dann nicht so schräg campen Damit die uns runterrouten Oh Mann, was sollen wir da jetzt machen? Wee Ah, warte, lass mich mal antesten Warte, ich muss dich kurz anzünden Dann kriege ich weniger Achto, da kommt, da kommt, da kommt Dann kriege ich weniger No-Knockback, wenn ich angezündet bin Er sagt Er ist das tot Ja, komm, wir haben beide Ja, ja Wow Der ist tot, oder? Ja, meiner ist tot Okay, meiner ist auch tot Hier liegt noch voll viel Rüstung Ja Oh Oh, ja, ja Hast du noch Dias? Äh, nee Oder warte, die hier sind nicht abgebaut Dann ruhig mal kurz mal ein Dia Hanisch Könne ich mir jetzt gleich mal Jo, mach das perfekt Okay, hier umlagen nur noch Haltbarkeit Sachen, aber Ähm, brauchst du auch noch Dia? Naja Äh, ja Für den Hanisch oder für den Helm Okay, warte, kannst du eine Workband? Ah, nee, ich hab mich auch Ich hab schon Okay Ja, ich bau direkt mal hier die Verbindung zu den nächsten Weil Da hinten sind nämlich welche Und draußen noch Dia Das darf irgendwo Ah, nee, warte Ich hab nur noch mal Ich hab eigentlich ganz gut Okay, alles ist gut Okay, dann ist gut Okay, mein später hat auch eine gute Erhaltbarkeit Okay, alles noch gut So Okay, da sind die nächsten, ne? Wo bist du? Ich bin direkt zwei Inseln weiter da Genau da bist du Okay Aufpassen, ne? Sag mal, wenn die eine Rot haben oder so Ich hab noch ein bisschen Fire Resistance Ich glaub, das Ich hab das mal bei Schmocki oder so gesehen Dass man da nämlich weniger noch bei kriegt oder so Wenn man angezündet ist Ich glaub, das klappt Naja, also die haben sich ja gerade selber angezündet Ich rip mich Nice Schnell Nein, nein, bitte nicht Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn Hätte dir Nein Oh, ich war fast runter Hilfe, Hilfe, Hilfe Ich bin tot, ich bin tot Nein, nein Christ Nein, nein Ja, ich hab ihn Oh mein Gott, Alter Komm Ja Sind die tot? Ich hab deine Pelle noch gefunden Alter Oh fuck, mein Schmerz ist fast kaputt Wie perfekt diese Runde läuft Oh Mann, Alter Mein Schmerz ist fast am Arsch Richtig vor dem ganzen Chittern Warte Scheiße Okay Wo ist denn der Letzte? Der Letzte ist wo? Hast du einen Kompass? Ja, okay Ich seh ihn Ich seh ihn Er ist zwei Hinsen Weiter Ich hab, warte ganz kurz Ich kann ja noch ein Ender Pelle geben Ich hab zwei Stück Ja, komm Dann porten wir uns da am besten hin Ja, war safe Okay Ja, komm erstmal Ja, warte Lass erstmal näher rangehen Und dann überraschen wir den Okay Chris, wo bist du? Komm her, warte Ich hab dir kurz einen Ender Pelle Ja Hier Ich hab auch noch eine Okay Dann lass uns rüber porten Würde ich sagen Auf drei, oder? Okay Eins Zwei Drei Komm Bitte Ja, aber der hat geklappt Warte Hinter dir, hinter dir Hast du ihn, hast du ihn Nee, 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 nee Er kommt hochgelaufen Oh, nein Was drückt der? Der hat mich einfach gerade so nicht gedrückt Oh, nein, der ist unten Er ist unten GG Okay, GG Nice Oh, das war eine übelgeile Runde Also, Leute Schaut bei Crash vorbei Lasst einen Like da, wenn es euch gefallen hat Pex ist raus Und Ciao Ciao